Hallo liebe LEGO-Freunde, ich bin Holger, der Austrian Brick-Fan aus dem schönen Kernen in Österreich und heute die neue Serie der Collectible Minifigures. Das ist Set Nummer 71047 und Advanced Dungeons & Dragons. Really cool. Finde ich total klasse. Also es gibt zu dem Ideas-Set eine Minifiguren-Serie zusätzlich. Bin gespannt, was da für Figuren sind. Ich habe mir da noch keine Bilder von angeguckt. Interessant finde ich allerdings auch diese Verpackung, in der so ein 12er-Set kommt. Hier oben ist so ein Haken, dass man das im Geschäft so oben an diesen Dingern aufhängen kann. Ihr kennt das. Und da kann man hier von oben rausnehmen oder auch von unten rausnehmen, wenn man jetzt einzelne Figuren im Laden kaufen will. Zwölf Stück da drinnen. Ich hoffe, dass ich hier drin eine komplette Serie habe. Das werden wir dann sehen. Und man kann das Ding auch so aufmachen und hat hier komplett Zugriff auf alle, die da drin sind. Ich bin gespannt. Erscheinungstermin für diese Figuren-Serie ist der 1. September zum altbekannten Preis. 399, glaube ich, war es. Und jetzt würde ich sagen, lass uns anfangen. Viel Vergnügen. 399, glaube ich, war es. 499, glaube ich, war es. 499, glaube ich, war es. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020